Was geht ab, Leute? Neulett Games hier und wir testen heute die Rayman Legends Demo. Ich hab mir gedacht, zu Silvester müssen wir es noch mal dieses Jahr richtig krachen lassen. Warum nicht einfach mal ein bisschen Rayman zocken? Los geht's! Okay, man darf die nur 30 Mal aufrufen, ja. Das ist ziemlich dämlich, was Nintendo da eingeführt hat, aber okay. Rayman Legends! Ich hab's noch nie gespielt, das ist das allererste Mal. Und wenn euch das Video gefällt, Leute, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, hilft mir wirklich sehr. Und natürlich, wenn die Vorversion rauskommt wird, werde ich's auch zocken. Oh ja, bist du damit einverstanden, dass du bis auf einmal mehr Daten erhebst? Nein, bin ich nicht. Okay. Ich hab's noch nie gespielt, Premiere. Gucken, was das Lustigste ist. Okay, hier auf meinem Gamepad sehe ich gerade Teenies Trouble, Toad Story und Castle Rock. Das mit Castle Rock kenne ich, da haben wir diese geile Musik. Boah, die Grafik, die ist ja auch mal richtig cool. Okay, wir haben auf B springen, Y ist schlagen, treten. Gleiten können wir auch ein bisschen. Machen wir dann als erstes. Ich denke, wir fangen... Boah, ist eine gute Frage. Teenies Trouble? Toad Story und Castle Rock ist noch gesperrt, okay. Collection of Heroes. Machen wir das mal. Ah, eine Umkleidekabine. Die Musik ist genial bei Rayman. Ah, da kann ich verschiedene Helden spielen. Okay. Oho. Und für Moves drauf. Sehr geil. Was kann der? Zaubern. Haben wir noch was mit den Air-Tasten? Okay, ich will aber als Rayman spielen. Schon Jahre nicht mehr gesehen. Okay, dann wollen wir mal loslegen. Teenies is in trouble. Oh ja, ich kann es kaum erwarten, die Vollversion endlich zu zogen. Das wird absolut episch. Okay. 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 Oh, und hier sind wir auch schon. Boah, die Grafik ist unglaublich. Da könnte sich echt Nintendo schon eine Scheibe von abschneiden. Wow. 2D und 3D so geil kombiniert. Ziemlich cool. Ah, die können wir einsammeln. Ah, da haben wir so einen befreit. Ah, das können wir aus dem Boden ziehen. Der hat Moves drauf. Oh mein Gott, das ganze Spiel ist super stimmig. Und wer hat man denn da? Ähm, runter und... Oh, yeah. Geheimgang. Da, wo sind wir hier gelandet? Okay, einfach vielleicht schweben. Oh, ein bisschen zu hoch. Oh. Ja, voll. Yeah, yeah, yeah. Oh, noch. Hat mir... Was ist das überhaupt? Ein D? Easy? Oder ein R? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Herz. Ja, meins. Oh mein Gott, guckt euch das wie ich an. Okay, der knopft richtig an die Wii Remote. Das sieht lustig aus. Okay, habe ich ihn freigelassen? Jetzt. Du bist rein, Murphy. Okay. Jetzt muss ich auf das Auge. Los, klatsch ihm. Genau so. Du musst mir helfen, durchzukommen. Okay. Und wieder auf dem Taschstuhl berühren. Oh. Jetzt muss ich den verprügeln mit dem Murphy. Okay. Ich muss den Kitzel, damit der vorbeikommt. Okay, weiter geht's. Jetzt muss ich alles mit meinem Finger steuern. Okay, haben wir durchgeschnitten. Seht ihr ja die ganze Bewegung auch auf dem Bildschirm. So, ist gut. Hier haben wir einen Schalter. Oh, shit. So geht's. Okay. Das war knapp. Okay, der Weg ist frei. Das muss ich nach unten ziehen. Auge. Okay, geht gut. Das nach oben. Auge. Okay. Sieh auf den Hauptbildschirm, um diese Plattform zu steuern. Genial. Hat er den mal geklatscht? Oh, Bonus-Stage. Okay. Muss ich jetzt wieder drehen. Wow, die Minispiele sind super cool. Oh, nicht so schnell. Äh. Bin mir grad nicht sicher. Ich kann nur so drehen. Vielleicht noch ein bisschen höher. Okay. Das war super einfach. Okay, hier geht's weiter. Sieh mal raus. Weg damit. Können wir damit machen? Können wir jetzt vielleicht ihm geben? Jupp. Und wieder drehen. Und hochdrehen. Wunderbar, wo muss er jetzt hin? Äh. Ich denke da hoch. Boah, ist auch wohl gegen geknallt. Okay. Okay. Geschafft. Weiter geht's. Schneid mal durch. Das kommt runter. Ah, die Szene hab ich, glaub ich, verpasst da hinten. Kitzel, Kitzel, Kitzel. Okay, ich muss erst die Augen loswerden. Das sind so viele von denen. Gucken wir jetzt mal die andere Plattformen ran. So. Die kommt runter. Die kommt da hin. Oh mein Gott, das fühlt sich richtig gut an. Richtig spaßig gemacht. Und rüber. Jetzt kommen wir das wieder gleich rüber. Ah, komm her. Okay, dann muss das da hin. Kitzel, Kitzel, Kitzel. Juhuho. Jawoll. Wow, ist das cool. Richtig gut gemacht. Das ist so super spaßig. Ich glaub, das war schon die Demo für dieses Level. Okay, das war schon mal nicht schlecht. Toad Story. Das gleiche, was auf meinem Gamepad passiert, seht ihr auch auf dem Bildschirm, was ich super cool finde. Da ist er. Huioho. Huioho. Okay, Spring-Unhalter. Reicht das auch, wenn ich einmal gedrückt halte? Ne, ich muss das doppelt drücken. Finde ich ein bisschen umständlich, aber okay. Wie kommen wir denn da? Wow, es ist super schön gestaltet. Da oben haben wir doch einen. Kann ich mich da festhalten? Ah, es sind noch mehr von den Viechern. Ah, komm. Okay. Wir wissen, ob man sich da festhalten kann. Ah, lassen wir es einfach sein. Das ist wirklich wundervoll gestaltet. Wie. Was hat die euch vergessen? Ah, ah. Wunderbar. Auflagen kann ich auch. Einfach gedrückt halten. Oh, der da hinten sieht aber böse aus. Oh, ich will nicht hier runterfallen. Hier müssen wir weiter durch. Huio. Oh, der verträgt ja nur einen Schlag. Den haben wir denn da unten? Oh, dem komme ich besser nicht zu. Ah. Okay. Oh, auf Stelzen. Voll ins Gesicht. Okay, das war nicht so eine kluge Idee. Oh, shit. Wie komme ich denn jetzt hier raus, ohne dass mich das... Wow. Viech schnappt. Oh, nein. Ich dachte, ich könnte uns nicht wegdrehen. Beziehungsweise die Hand. Help me. Komm schon. Hab dich. Bam. Bam. Oh, ein Doppel-Gao. Okay, was ist damit? Ah, das Viech stößt mich weg? Will nicht, aber... Lass mich das Viech hier wegstößt. Da oben war noch was, glaube ich. Ja, sag ich doch. Da oben irgendwie, aber... Hm. Ah, man kann auch rennen. Ich wusste, dass man rennen kann mit den L-Tasten. Können wir irgendwie hier runter beschleunigen? Sehr komisch, mit den L-Tasten zu rennen. Beziehungsweise damit zu beschleunigen. Oh, 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 oh. Da unten ist wieder eine Münze. Oh, da kommen wir hin. Kein Problem. Ins Gesicht. An der Pfand geklatscht. Oh, na schön. Na komm, na komm, na komm, na komm. Oh, 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 oh. Da ist irgendwas. Ja, doch. Hey, hey. Keine Chance. Wow. Die mit ihren Fallschirm. Komm, naja, du kannst mir eh nichts anhaben. Wie, die wegfliegen. Kann ich auch die Attacke hier auflanden in der Luft? Nö. Oh, die kicke ich weg. Super. Hat so viel Spaß, die wegzuklatschen. Ist ja eine Nudel an der Wand. Komm, da kommt noch einer. Äh, schafft. Zwei haben mir gefehlt. Ich glaube, es sind auch noch mehr. Drei, vier. Hm. Ich glaube, vier. Rayman Legends. Und jetzt kommen wir zu der geilsten Sache überhaupt. Jetzt kommen wir zu Castle Rock. Ich glaube, es ist der geilsten. Und jetzt nicche. Also, ich glaube, es ist der geilsten.